Sag mal Louis, sag mal, was haben wir gemacht? Sag mal du, haben wir einen treuen Lex heute mit nach Hause gebracht oder was? Ne, die bleiben zu Hause, finde ich. War krank, aber wir haben krank. So, wir haben gekränzt, wir haben Krämpfeweide, müssen noch ein bisschen mehr trinken dürfen. Bitte was, tschüss, Wochenende. Tschüss, Wochenende.